ich bin so mir eigentlich sitzt eigentlich ist noch morgen ist morgen schon oder es ist noch okay okay es ist noch warum sind die spinnenweben überall ich glaube ich muss irgendwie mit der spinne in spree oder sowas allerdings okay wer die folge vorhin gesehen hat war mal der area 51 haben wir eine alien mit hand genommen weiß ich selber nicht wo die siegerin ist eigentlich ja keine ahnung ja was geht du eigentlich jetzt vor was ist das ein geist warum ist hier alles mit külbissen külbissen also ich weiß nur halloween ist bald aber sonst was ist da so ein sugar dingsbums solche zuckerwürfel da ist immer noch ein geist wo ich einen schauen kann komischerweise der geist ist halt ein durchsehbarer mensch wie ein geist heute ist franzl baby franzl seid ihr da gibt es mir da irgendwo so hallo 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 ja okay ich geh schon wieder okay hallo ist sie wieder hallo er kommt er wird kommen oder warst du nicht in der area 51 warst du nicht in der area 51 oder er ist bald da wer ist er hallo großer franzl großer ganz großer franzl ja was du da irgendwas hast du irgendwie die ganze spinnenweben und irgendwie so gezüchtet kaum ja wo ist eigentlich okay ja baby franzl okay ich habe immer unten draußen was gibt es denn da alles so er ist bei baby franzl hallo baby franzl hast du irgendwas ja hallo was ist das wirklich so zugewachsen irgendwie was ist das aries was ist da für ein nein was für ries was ist da für ein da ist überall so ein ding was ist das für ries da eigentlich was ist das was war das wann bei ihr gibt es ja kanalisation wann das ist es doch tatsache da ist das noch ein ding oh da rennt ihm ja ich geh schnell weg warte ich komm hier rauf da 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 ich glaube es ist ja kanalisation oder so okay 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 ja paar leiter paar leiter genau danke baby franzl aber was ist das aries mit der kanalisation oh da ist er schon wieder wer immer das war wer war das okay schau lieber nimmer nimmer hin ich würde sagen glaube ich 1000 likes wenn wir 1000 likes auf das video schaffen dann gain die kanalisation im nächsten video also unbedingt liken für kanalisation okay oh okay alles gut alles gut ja ja so ähm da da oh ja baby bitte ah sind böse sagst du okay ähm was sind die kanalisation oh ja ist schon gut franz ah baby franzl so ähm okay spenden bitte steht da noch okay ganz flughafen die ja hast du da schon ein buch irgendwie äh ein buch gemietet da ein flug gemietet da du hast du meine mama gesehen na ja ich hab gar nichts gesehen da wohnen gar keine weiblichen englisch du meine mama gesehen na hab ich nicht ich hab sie absolut nicht ja wie schaut's denn aus wie schaut's denn aus wie meine mama oh äh mama bist du da drinnen na bin nicht ob ich das kann nicht ob ich das kann oh 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 mama ist rinnen okay der ist da gerade oben allerdings oh hallo ja ja mädl ok gehst du da auch oben ähm was machst du da bist ein geflogen ja ja wir haben heute das kannalisation aber bist denn nicht einige äh geht hier jetzt Nicht einige, nein, 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 ganz böse. Nein, da ist er! Ah, die Rane fällt aus der Welt. Ist hier unten irgendwie die Hölle oder warum steht da World? Ja wie gesagt 1000 Likes Leute, also die Wadeln. Dann gehe ich da mal in die nächste Folgen. Und, Baby Franz ist der auch noch irgendwo. Ich glaube der ist schon weiter gegangen. Gehen wir zu Deadleaf oder so. Vielleicht ist bei Deadleaf noch nicht. Ich bin kein Typ, kann ich irgendwie in die nächste Folgen oder so mal reinschauen. Was ist das? Ein Dings glaube ich. Da steht noch He He Kacka Haus. Was hat der Deadleaf wohnt da? Aber was ist das für Friedhof da? Bist du daheim, hallo Deadleaf? Äh. Deadleaf. Oh na. Ich habe gesagt, ich wohne hier drin. Oh du hast auch ein Halloween Dings. Was willst du? Oh Dead, 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 äh. Deadleaf, äh. Hallo, Deadleaf. Hallo, Deadleaf. Ja, Deadleaf ist auch irgendwie. Ich weiß nicht. Habt ihr schon irgendwie. Was ist mein Haus? Hast du schon irgendwie von der Nachbarschaft da? Nein. Oh. Äh. Jetzt Deadleaf Haus. Ja. He he Kacka Haus. Genau. Ah, Deadleaf. Weißt du schon was? Irgendwas Neeres von deinem Nachbarn, oder? Ich weiß nämlich nicht. Ha. Deadleaf. Komm mit. Okay. Äh. Hast du schon irgendwie Kundschaft gemacht? Ich glaube. Warte mal. Ist es ein Friedhof? Hier liegt. Hier liegt. Bruder. Bruder. Okay. Ah ja Kerze. Okay. Äh. Ich nehme die Kerze Klamide. Äh. Detleaf beten. Okay. ich bin damit ... Gott. okay. Äh. Fertig mit dem Fried. Okay. Ihr ardenterts Len. Jetzt geht wieder. Huh. Okay. Detleaf? Anscheinend schlauft er, da aber, was ist das da? Oh, oh na. Hö. Hallo. Gustavo? Ja. Gustavo? Hier! Wo hier? Hier! Wo ist hier? Hier! Hallo! Wo bist denn du? Wo ist hier? Ich bin hier! Oh, äh, Gustav, wo warst du etwa eingegraben? Ich hab geschlafen und die Typen haben mich einfach vergraben! Vergraben? Kannst du aufhören, oder? Weit ich hab da ein paar Blöcke dazwahr. Warte ich mal aufhören. Äh... Gott, ey, wieso? Ich hab nur ein Schliffchen auf der Bank gemacht, ich bin nicht gestorben! Verdammt, ich hab die Schnauze voll von diesem ganzen Mist! Da hat man nur mal zwei Stunden keinen Puls und dann erklären die einen für die Todes und... Hallo, Nobbes! Hallo, Nobbes! Ja, Nobbes, alles gut, ich schau alles gut! Schieß überall hin! Nobbes, alles gut, alles gut, Nobbes! Äh... Nobbes! Okay, anscheinend... Oh, Nobbes! Ich hab sie grad weggeteleportiert! Okay! Ähm, warte, wir schauen mal die Kirchen an, aber es ist irgendwie so ganz gruselige Stimmung grad! Okay, und das ist einfach so Kirchen, glaub ich! Okay! Ähm... Da oben so richtige Kronenleicht, das ist richtig cool! Boah! Boah, hast du mir schon recht! Oh, hallo Patrick! Bist du die große Grabe? Äh, na! Oh, oh, oh! Hinter des... Bist du die große Grabe? Borgl! Borgl? Okay, Borgl! Die große Grabe? Borgl! Okay, Borgl! Die große Grabe ist da weiter rechts im großen Wohnblock, okay? Danke! Oh! Okay! Was ist Borgl? Borgl! 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 Du betest, okay! Wer ist da drinnen? Borgl? Borgl! Okay, Borgl! Blume da platziert, okay! Ähm... Da geht das Schaf! Da ist so ein Kreuz wieder! Da ist so ein riesig großer Kreuz! Okay! Da ist irgendein Haus, da wohnt wer! Okay! Die Frage ist, wann der Gustavo da vergraben war und so? Entschuldigens! Wo findest du denn die Toilette? Die Kapelle ist direkt da oder? Einige einfach! Nein, die Kapelle! Die Toilette! Also die Toilette, die ist da drüben dran! Siehst du das Braune Haus? Siehst du das Braune Haus? Da ist die Toilette drinnen! Das ist die Braune Haus! Ey, der wohnt ja! Der wohnt ja ein Mitbebürger! Ein Mitge... Ja, der hat eine Toilette! Der hat eine Toilette für dich! Gratiss sogar! Ey, wie schaust du denn aus? Schaust du denn aus? Ich schau ganz normal aus! Wie schaust du denn aus? Ey, kommst du aus Unterreich? Was ist Unterreich? Du kommst aus! Aus Unterreich! Okay, Unterreich! Okay! Ah, ja! Was mit Unterreich? Kommst du nicht aus Deutschland? Aus Deutschland? Ich komm aus Österreich! Siehst du nicht in meiner Flogen? Aus Unterreich! Aus Unterreich? Nein, Österreich? Unterreich? Oh! Okay! Das ist auch den antiken Geistern, die sollen dich mitnehmen! Nein! Keine Geistern! Oh! Keine Geistern! Glaubt ihr das war irgendwie... Hallo? Oh nein! Ich bin DJ Bobo! DJ Bobo! Bist du traurig? Ist irgendwie... Irgendwel gestorben vor dir? DJ Bobo! Bobo! Wer da? Warte mal! DJ! Wer da war der Freund? Warte mal! Was für Wer da eigentlich? Bobo! Der von der Area 51? DJ! Bobo! Ich hab mich geistern! Ich hab mich geistern! Ich hab mich geistern! Ich hab mich geistern! Oh! Warte mal! Ist ja grad... Hallo! 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 Ähm! Bist du vor... Oh! Bist du ja... Warte mal bist du nicht gestorben? Ich brauch die Challenges! Ich brauch Skull Trooper! Skull Trooper! Fortnite! Skull Trooper! Ähm! Ich brauch die Challenges! Challenges! Ähm! Okay! Hast du Skull Trooper? Als Frau den Skin? Skull Trooper! Äh! Hast du den ganz legendären Skin aus der Season... Keine Ahnung was ich was? Ich hab alle Skins! Alle Skins! Skull Trooper! Ich hab auch Trooper! Okay! Alles gut! Ähm! Ja! Äh! So macht er die Quest! Wo Skull Trooper! Nix anhat! Warte was? Die kriegt man nur! Durch die Challenges! Wenn man Gründer Edition hat! Und wenn man 5 Millionen V-Bucks ausgegeben hat! 5 Millionen V-Bucks! Okay! Äh! Ich könnt einmal zusammenrechnen und in die Kommentare schreiben wieviel ihr V-Bucks schon ausgegeben habt! Äh! Was ist? Hast du Skull Trooper? Skull Trooper? Ich hab keinen Skull Trooper! Das ist gar nicht! Irgendwann krieg ich das gerne hin! Ich sag's euch! Äh! So! Eigentlich weiß ich gar nicht was wer da überhaupt bekommen ist! Soll ich mal nicht irgendwie... Ich sollte eher am Weg bleiben! Ähm! So! Äh! Hallo! Oh! So! Guten Tag! Oh! So! Mach ich direkt wieder zu! Nein! Ich könnte mal eigentlich irgendwie versuchen ausgeräumen! Vielleicht ist du irgendwer drin! Na was hieß'n? So! Oh na! Nimm Platz! Ja! Ja! Wir haben uns hier versammelt! Um heute darüber zu reden! Ja! Dass wir einen Jungen namens Franzl verantworten werden! Na! Warum Franzl? Äh! Ich bin Franzl! Wir begrüßen sie recht herzlich zu ihrer Todeszelle! Oh! Todeszelle? Wo ist die Todeszelle? Ja! Das hier ist das Friedhof! Du bist jetzt gefangen! Oh! Gefangen! Kann ich nicht mehr ausarbeiten! Schau mal kurz ob die... Ob die Tiere draußen sind! Woah! Woah! Was ist das? Das! Woah! Wo bin ich? 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 Ich sehe ich gar nichts! Wo bin ich? Woah! Okay! Wo sind wir das für gereicht? Oh! Wer bist du? Wer bist du? Oh! Wo bin ich? Ah! Ich hab absolut gar nichts! Oh! Nein! 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 Der macht so hoffentlich Geräusche! Ich glaube, ich kann nicht drehen! Ich glaube, ich bin jetzt die Sackgasse! Oh! Ähm! So! Ja! Oh! 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 Was jetzt? und ich kann hoch springen was jetzt oh 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 wo auch kein springer oh oh okay kann man nicht bewegen okay äh drei herzen und mann der ober springen drei herzen okay oh 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 wer immer das ist Dass es die Leute fragen mir ihn sehen oh oh ich bin tot verwirr ich super es ist wieder du hast es die T Pause was ist das Geräusch Oh, oh, oh! Ja, ab, geht in deinem Schlaf! Oh, oh! Der Tod kommt klar! Nein, nein, wie kommt das denn? Da! Da! Oh, nein, nein, nein! Gebe, ge, 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 ge! Na! Da! NAAAAAAA! Hallo! Ehhhh, warte mal, wo bin ich alleine? Ehhhh, hallo! Ei, HI Naz Böse, böse. Nein, 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 neinased Hallo, hallo, es ist kein Klo, hallo Tetlef, Tetlef warst du, hallo, oh no, na, 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 schön weg, Töne, Tetlef, du ist Klo, hallo, hallo, oh oh, ok, das war's, was ist eine Party, oh nein, ich glaub, jetzt bin ich, bitte, das habe ich alles lang gemacht, schön weg, oh oh, okay, ist er jetzt hier, ich glaub ich, ich weiß nicht, was ist jetzt irgendwie, war es irgendwie echt oder so wasser okay ich glaube erst mal schlafen dass ihr habt die ganze noch nicht geschlafen geht es erst mal schlafen dass ich mir mal ausschlafen ist immer noch das ist irgendwie zu wieder warte mal so das erst mal zu machen so ich bin ja richtig mürt schnell ins bete einfach ich glaube jetzt ist mir schlafen so jetzt legen wir nicht so so erst mal eine runde schlafen